Behandelt man im Unterricht den Sozialstaat, werden gerne auch internationale Sozialstaatsmodelle als Vergleich genommen. In diesem Video schauen wir uns mit dem amerikanischen Modell und dem skandinavischen Modell zwei Extrembeispiele zur Ausgestaltung eines Sozialstaates an. Wie die genau aussehen und welche Vorteile sie jeweils haben, das alles erfährst du jetzt in diesem Video. Wie weit sollte sich der Staat in das tägliche Leben einmischen, um soziale Ungleichheiten zwischen den Bürgern zu verringern? Diese Frage ist grundlegend, wenn es um die Ausgestaltung eines Sozialstaates geht. Die USA folgen dem Grundprinzip der Eigenverantwortung. Es sollte möglichst viel Freiheit für die Bürger geben, indem die Steuern und Abgabensätze gering sind. Es gibt im Gegensatz zu Deutschland keine Krankenversicherungspflicht. Das bedeutet, jeder entscheidet selbst, ob er sich versichern möchte oder nicht. Umverteilungen von den Wohlhabenderen zu den Ärmeren wird als eher ungerecht empfunden. Der Staat mischt sich auch sonst wenig in das Leben ein. So sind etwa Bereiche wie Bildung und das Gesundheitssystem zu einem erheblichen Teil privat. Die Sicherung vor sozialer Armut ist eher gering. Eine staatliche Grundsicherung für die Ärmsten gibt es dennoch, aber deren Leistungen fallen deutlich geringer als in Deutschland aus. Die Staatsausgaben betragen nur 35% des Bruttoinlandproduktes. Es ist umstritten, ob man in den USA überhaupt von einem Sozialstaat sprechen kann. Was spricht gegen dieses Modell und welche Nachteile gibt es? Befürworter heben vor allem die hohe unternehmerische Initiative in den USA hervor. So kommen beispielsweise große Technologiekonzerne wie Google, Facebook oder Amazon aus den Vereinigten Staaten. Durch die geringe Steuerlast sind die Anreize für sozialen Aufstieg und eine gute Leistung besonders hoch. Der Staat greift eher weniger in den Wirtschaftsprozess ein und spart viel Bürokratie und Kosten. Kritiker bemängeln, dass die Unterstützung für Ärmere nicht ausreichend sei. Auch längere Krankheiten oder Unfälle sind nicht abgesichert, wenn man nicht das nötige Geld für eine private Versicherung hat. Außerdem gibt es keine finanzielle Unterstützung für Eltern. Das skandinavische Modell folgt dem Grundprinzip der Solidarität. Der Staat garantiert dabei umfassende Sozialleistungen, die aus Steuergeldern finanziert werden und die Ungleichheiten zwischen ärmeren und reicheren Bürgern verringern. Die Steuersätze, insbesondere von Besserverdienern, sind in den skandinavischen Ländern vergleichsweise hoch. Die Staatsausgaben betragen 50-60% des Bruttoinlandproduktes. Auch hier werfen wir noch einen Blick auf die Vorteile und Nachteile des Modells. Die Staaten investieren die wichtigsten Zukunftsbereiche Forschung und Bildung. Die Bürger sind sozial gut abgesichert, selbst wenn sie geringere Einkommen haben oder arbeitslos sind. Das Gesundheitssystem wird bei diesem Modell über Steuern finanziert. Außerdem werden Eltern finanziell unterstützt. Gegner kritisieren die hohe Steuerlast. Dadurch fehlt es an Anreizen für Aufstieg und Leistung. So liegt beispielsweise der Spitzensteuersatz in Schweden bei 56%. Der Staat greift sehr weit in das wirtschaftliche Leben ein. Fassen wir das Ganze also nochmal zusammen. Bei dem skandinavischen und amerikanischen Sozialstaatsmodell handelt es sich um Extrembeispiele. Während bei dem einen die Eigenverantwortung jedes Individuums im Vordergrund steht, steht bei dem anderen die Solidarität an erster Stelle. Eine mögliche Aufgabe in einer Klausur könnte lauten, Bewerte, ob Deutschland Reformen am Sozialstaat durchführen sollte, die sich am skandinavischen oder amerikanischen Modell orientieren. Schreibt uns gerne mal eure Ideen zu dieser Aufgabe in die Kommentare und sagt uns, was ihr von den Modellen haltet. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen.